Dann hiervon... Deswegen was zu fressen. Was ist denn das eigentlich, Schild? Die Steine, okay. Das mach ich einfach auch hier hinten hin. Struktur bauen. Stone Bench. Mal machen, dankeschön. Boah, das ist lange. Alter, bist du das blöd in den Busch zu pflücken, du Assi. Keep your food in the fridge, so it doesn't spoil. Okay. Kann aber nicht wahr sein. Okay, achso. Wie stirbt denn hier gerade? Okay, Stone Bench. Wir hatten Hunger. Ja, das könnte ich sein. Entschuldigung. Stone Hedges gibt's. Stone Pickaxe. Wooden Fish Rod. Und wo, 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 wo? Hier, hier. Workbench, hierher. Ah. Jawoll. Weil, Fisch Rod könnte ich machen. Ja, möchtest du? Weil ich hab... Ah ne, ich hatte Bait. Na, weil wenn du hier auf dem Boden rum suchst, findst du halt Köder. Zum Angeln. Äh, als ich gestorben bin, hätte eigentlich hier was rumliegen müssen mit Bait. Ja, bei mir auch. Ich hatte auch hier einen Arsch voll. Hast du das Seil gefunden? Weißt du das noch? Ein Seil? Hast du das Seil schon gefunden? War Baits Seil? Nee, Bait ist Köder. Ah nee, das war in Z-Mod. Ich hab zwei Baits. Nee, aber wir brauchen halt erst noch was brauchen wir für den Fishing Rod? Ein Seil und 20 Holz. Und Weapon Crafting Level 4. Holz haben wir genug. Nee, 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 wir müssen erst das Level erreichen. Also müssen wir erstmal ein paar Stone Hatchits machen. Dafür brauchen wir 5 Steine und 10 Holz. So, ich tu mal hier ein paar Sachen wieder anpflanzen. Wissen hab ich. Dann baue ich mir jetzt einfach mit dem Holz mal einen kleinen Unterstand zusammen, damit ich nicht gleich krippe hier wieder. Ja, ja. Wo hab ich denn mein Holz? Hier 31. Perfekt. Steine, 15 Holz. Das nehm ich mir auch mal. Ähm, behalte aber 5 Holz übrig, damit du nachher ein Lagerfeuer machen kannst. Okay. Ich, ach stimmt, ich hab ja eine, genau die. Ich mach mir mal das da hier. Wobei, soll ich, soll ich gleich hier aufbauen, oder soll ich weiter nach, ich gehe weiter nach hinten. Was willst du denn aufbauen? Ich baue meins hier hin. Zack. Das Ding ist eigentlich baut, das eine Teil. Hm? Das eine Ding hast du jetzt baut, das, äh... Jaja, für die Werkzeuge und so ist da. Das direkt neben dem Stein Teil. So. Ich erhalte. Was war das gerade? Hm? Bei mir hat alles gerade gewackelt. So. Hast du Schüttelfrost? Dette, ich hoffen war nicht. Äh. Ah, nothing like a good night's sleep. Ja, das hat uns als guter Schlaf gezählt, ja. Dann muss ich mir auch sowas bauen, ne? Warum pflanzt du immer ne Frist nicht, der Assi? So. Ich baue einfach bloß ein Dach da oben drüber, oder wie? Ja. So wie bei mir. Dann baue ich mal eine kleine Pille oder sowas. Ding. Wo hast du denn das Ding hingebaut, dieses neue Teil? Ach, hier. Die Direktion, ja. Vier Sachen kannst du da momentan bauen. Ähm. Wooden board? Wooden board? Wooden board? Was ist das? Ne, das möchte ich gar nicht bauen. Es ist so blöd, dass ich dass ich nicht nur für drei Spieler was erstellen kann. Es ist nämlich wieder einer gejoined. Ja, mein Gott. Wie krieg ich denn Crafting Level 4? Hm. Das hat mir jetzt aber ganz schön viel Holz gekostet. Wie soll ich denn Crafting Level erhöhen, wenn ich es bauen kann? Ja, doch. Du kannst die Hatchet. Das ist das Erste, das kannst du bauen. Ach so, weil sonst hab ich alles. Ich hab Batterien und Scheiß und Gloom und alles. Wie, du hast Batterien? Klar. Gefunden oder was? Gebaut. Irgendwie zufällig. Alter, boah den Stein, da wurde ich verbrügelig. Jetzt bin ich gespannt. Gilt das als richtiger Schlafplatz? Natürlich. Als wenn meine als Schlafplatz gelähmt. Wo hast denn du deinen Schlafplatz? Hier. Ja, der Chris, der braucht natürlich wieder was ganz Besonderes außerhalb. Der schläft nicht beim Pöbel. Nein, nein, nein. Ich schlafe hier. Warum was denn jetzt? Ähm. Ich sehe. Das funktioniert wirklich. Ich möchte mir halt was am Strand aufbauen. Oh, verdammt. Ich bin am verlosten. Ha. Ha. Guck mal, was ich habe. Was ist das? Oh, wie cool. Oh, verdammt. Will auch. Was hast du da? Stone? Die Holz hacken. Tschüssi. Mach mal das. Okay, Stone habe ich schon. Jetzt brauchen wir nur sieben Holz. Alter, das geht ganz anders ab. Vier Holzküste raus. Bananen zieht. Gleich wieder pflanzen. Level ab. Haargezack. Wuhu. Ich trinke jetzt ein bisschen was und dann mache ich mir auch mal sowas. Ich brauche nur eine Pickaxe und dann passt es. Sprout collecting. You can now use a tree to attempt to loosen a sprout. Ah ja, jetzt kann ich von... Ah ja, wenn du jetzt an einen Baum rangehst mit E kannst du so Treiblinge davon wegnehmen. Treiblinge. Triebe. Und dann Bäume pflanzen. Das habe ich auf dem Berg entlang schon gemacht. Ich glaube drei oder vier Stück. Geht es auch mit, sagst du mal mit Bananenbäumen und so einem Schwachsinn? Keine Ahnung. Nee, ich glaube da isst du direkt, weil wenn du da hingehst, machst du ja eh und dann isst du. Aha. Ich auch mal. Ich bin auch gleich so weit. Oh verdammt, ich muss was essen. Mach das mal fest. Schlaf uns halt auch mal. Ah ja, das geht ja richtig gut ab. Wenn ich mal was bekommen würde. Ich habe Kupfer. Was? Ich habe zu dem Kupfer abgebaut. Ein einziges nur, aber ich habe Kupfer abgebaut. Du brauchst die Achse zu, oder? Du brauchst eine Pickaxe. Vier Kupfer, oh Gott. Das wird besser. Sieben Kupfer. Die hole ich mir jetzt auch gleich. Da habe ich mein Werkzeug hier. Ich sehe schon, ich hink hinterher. Speichert es eigentlich dann, wie weit du bist, oder? Ja, wir werden immer... Unser Charakter wird abgespeichert hier. Ja, sehr schön. Wir müssen nach dem anderen Ausschau halten. Hat der da hinten... Ne, mega dummer. Interessiert mich doch nicht. Er ist in anderen Fraktion, wir können die töten. Ja, der hat nicht sicher Waffen. Da kommt schon Stein. Da kommt schon Stein. Gib mir irgendwas. Wo sind die ganzen Bananen hin? Ich habe drei Stück gefuttert. Dafür habe ich aber Beeren angepflanzt. Make Stonehatchet. Jawoll. Das geht schon anders ab jetzt. Was geht das los hier? Kann man richtig loslegen. Der ist zu dumm, den Busch zu pflücken, Alter. Mach doch. Ach, Stonehatchet, da ist es. Jawoll. Was brauche ich denn für eine Stonehatchet? Wer ist hier tot? Irgendwann hatte ich schon wieder Hunger. Ach, das bin schon wieder ich. Ach, Gott. Hat jemand ein einziges Holz für mich parat, sonst... Ja, ja, warte mal. Wo bist denn denn? Ich brauche nur eins von der Hatchet, das war es dann. Äh, Moment. Bis so ist es... Ah, ja, hier. Holz. Wie lasse ich das jetzt fallen? Ah, ja, Drop einmal. Ja. Wie schon? Ja, der Ralf ist am Vorgang. Ach so. Ja, gleich. Ich muss das ein bisschen neu aufpflanzen. Hatchet, oder? Das ist eine Pickaxe, zehn Stein und fünf Holz. Dann brauche ich noch Stein. So, jetzt gehen wir mal die Furniture. So, kann ich hier jetzt einfach so schlafen, würde er ja natürlich. Schauen wir doch mal. Ich habe jetzt das Kupferohr verarbeitet und... Ja, ich habe jetzt das Kupfer. Mit dem Kupfer kann ich jetzt aber noch nichts machen, oder? Nein, dafür brauche ich wieder was anderes, und zwar... Ah, Wasserflaschen kannst du auch trinken. Direkt. Du kannst dein... Ah, geht mal auf Q und dann könnt ihr die Maus benutzen und eure Ressourcen auch anklicken. So macht sich die ganze Zeit schon. Und Wasserflaschen... Das habe ich jetzt noch nicht gewusst. So, sagen wir mal das Anstrengende. Pickaxe. Ich brauche Level 60 für die Kupferwerkbank. Lass die sich eigentlich ab, diese Pickaxe, oder? Nee. Fünf Holz, oh Gott. Komm, ich brauche nur noch zwei Steine, ganz schnell. Ich habe 22, ich kann dir zwei einschmeißen, wenn du isst. Nee, dann level ich ja nicht. Bringt mir ja nichts. Ist zwar nett, aber bringt mir ja nichts, weißt du? Auf Dauer. Ich baue mir jetzt hier mal so eine Kiste hin. Dann kann man das ganze Zeug reinschmeißen. Stone. Storage. Stone Pickaxe. Make. Verdammt, ich brauche noch fünf Holz. War hier mit der Axt, stehe bitte. Achso, ich habe schon eine. Ach, noch eine. Jetzt sieht man, dass hier eine Workbench ist und hier eine Waffen draufliegen und Werkzeuge. Noch eine, guck. Zack. Oh Gott, oh Gott. Okay, schau mal. Aha, okay. Ah ja, Kupfer habe ich jetzt. Tatsache. Aber wie kann ich da jetzt Ressourcen reinschmeißen? Mit E. Nee, ich komme ja nicht. Oh meinst du, was ist das überhaupt? Das ist bei Storage drin gewesen, deswegen. Uh, ich kann jetzt sprinten. Ja, ja, wird schon länger. Ja, ich bin ja, ich bin ja, warte, ihr seid level 5 und ich bin grad level 4 geworden. Aber mit der Steinachs kriegst du nur Kupfererz. 10, 20. Ah, ich habe es verkehrt gebaut. Verdammt. Ah, doch, jetzt kriege ich Steinachs. Okay, ja, gut. Was war das? Was? War da irgendein Geräusch gehört? Es ist Nacht geworden. So wie immerhin vorher? Äh, du brauchst erstmal irgendwas aus Holz. Ja, ja, ja. Das musst du vor dich legen. Ja, und dann? Dann auf Kuh, also angucken, dann auf Kuh und dann auf Make Campfire. Ah, okay. Oh, die Bäume kann man abernten. Ja, habe ich vorhin gesagt. Verdammt. Du kriegst jetzt, äh, wie gesagt, so, äh, Triebe. Dann tue ich jetzt eben, dann besorbe ich mal ein paar neue Triebe für uns. Aber wie mache ich jetzt eigentlich, Commands, nee, äh, Combinations, Spices, Medizin, Herbst, äh, okay. Ah, okay. Was habe ich denn? Okay, ich brauche Kräuter. Hat der Baum vielleicht keine Sprossen mehr? Verdammt, ich will das Ding jetzt anzünden. Wann möchtest du mal nichts anzünden? Verdammt, das will nicht so, wie ich das will. Hast du Holz im Inventar? Ja. Hast du fünf Holz? Ja. So, und dann guckst du es an und dann muss es so bunt im Rahmen sein. Also ich schmeiße mal ein Holz am Boden hin, oder was? Nee, 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 das Ding muss funktionieren. Dann hast du fünf Holz im, äh, im Inventar. Ja. Angucken, Kuh, immer drauf gucken. Und wenn du dann auf Make, äh, erstmal, Huch, ich bin kurz mal verlassen. Make campfire, dann, was steht denn? Ach, hier. Das ist orange, ne? Ja, jetzt denn. Ach, Christus, das bist du. Ich dachte schon, ich bin zu blöd, es anzuzünden. Los, tu, was ich dir befehle. Oh, ich brauche. Mir hat es auch ein paar Versuche gebaut. Ah, wundervoll. Hertig. Wieder auffüllen alles. Ich schlaf mal eben. Wie weit seid ihr schon mit Crafting aus dem Level? Hm? Level Crafting, wie weit seid ihr schon? Ich bin Level 5 gerade, aber ich bin in Richtung Level 6 unterwegs, wenn ich diesen Baum... Was ist Weapon Crafting? Ach, Weapon. Eins. Ja, ich bin hier schon voraus. Ja, du hast ja noch ein paar Dings gemacht. Ich konzentriere mich mal da drauf. Mach das 20 Holz, genau, das soll ich jetzt... Jetzt muss ich mal gucken, war es die Ressourcenkiste eins, wo wir noch was sagen. Structure... Verdammt, ich will doch Steine ja nicht so einen anderen mischen. Moment. Wir haben gleich eine... Sekunde. Da kann ich doch was schmelzen. Ja. Ich habe jede Menge von dem Scheißdreck. Ich hoffe, Ich hoffe, es geht um euch. Und ich hoffe,